Aaaaah! Aaaaah! Und ich kam mit allen gut aus. Und soll ich Ihnen sagen, warum? Weil ich mich nie um den Kram anderer Leute gekümmert habe. Und hier mache ich es genauso. Maigret? Morgen Lapointe. Was? Fumal? Heute Nacht erschossen? Sie wird nichts zugeben, dass er das nicht einsieht. Sie gehört zu denen, die mit ihrem Geheimnis auf die Guillotine gehen. So etwas gibt es. Zentrale? Herr Jacques? Anordnung vom Chef. Schalten Sie sich bei Etual 4630 ein und hören Sie alle Gespräche ab, die über diesen Apparat geführt werden. Untertitelung des ZDF, 2018 Untertitelung des ZDF, 2020